Hallo und willkommen zu dem Spiel, was mich die ganze Zeit abfangen möchte. Tropico 5. Die Grundsteuer wurde wieder einmal erhöht. Und ich krieg das Kotzen, wenn ich daran denken muss. Kannst mal bitte schneller Fisch exportieren. Das ist wirklich gewesen. Der Gouverneur von Isla Roja hat einmal mehr gegen Sie intrigiert. Aber mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Mann, ich will das doch nicht... Wie soll ich Profite? Der Gouverneur von Isla Roja... Man sagt es... Aufschlagen wir... Das blanke Kotzen. Wenn ich daran denke. So... Erkunden... Da muss ich ja hier hinten hin. Oh, ich kotze im Strahl. Okay. Eine Katastrophe. Die Revolutionäre verlangen, dass sie den König beleidigen. Es wurde beschlossen, dass ein beleidigender Brief der beste Weg ist, um unsere Forderungen zu übermitteln. Der König sagt, dass er sie und ihre Hackfresse zur Belustigung aller im Thronsaal aufknüpfen will. Ich könnte diesen Unglück ins Wünschfeuer aus der Welt räumen, aber sie sollten in Zukunft besser aufpassen. Natürlich wird es eine Strafe geben. Vielleicht die Grundsteuer wieder erhöhen? Fotze! Und das ohne einen Generalmajor. Dank ihrer Mühen wächst die... Mann, Mann, Mann. Komm, ich eröffne eine Zeitung und kann jeder schreiben, wie scheiße die Krone ist. Fick dich! Fick dich! Herr Präsident ist hier bei uns in der Jolly Roger. Ich hatte mich schon auf ein Internet-Modell vom großen Anführer gefreut. Gott sei Dank. Sobald ich ihn fragte, was ihn umtreibt, sagte er, hauptsächlich Rum und Cola. Wie weise! Selten hat ein Regierungschef etwas Tiefschürfenderes gesagt. Ja, wo war's grad? Ich bin nur an der Köste, was ist denn los bei dir? Mein Gott. Aber egal. Ich glaub, die Zeitung hat's wirklich gerissen. Hab ich da schon einen Manager? Nein, natürlich nicht. So, Manager, äh, brauch ich nicht. Handel, Handel, Handel. So. Exportiere ich noch Fleisch extra. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Exportieren Sie 5000 Zigaretten, indem Sie die gleichlauten Aufgabe der Alliierten abgebrochen. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Äh. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Ich hätte hämisches Lachen üben sollen. Um wie viel, äh, sollen wir den Preis erhöhen? Der Preis von Ananas erhöhen. Könnt mich mal. So, dazu brauchen wir erstmal eine Ananas-Plantage, Mann. Ich würde mir das nicht einer vorher sagen können. Also nicht, dass ich eine Ananas-Plantage brauche. Sondern, dass ich so eine Aufgabe bekomme. Ja, das geht auch. Das geht auch gerne. Na, guck mal, zwei Schiffe. Hier geht's hier ankommen. Sehr gut. Sie haben die Wette eher ehrbar gewonnen. Was soll die Belohnung sein? Ich nehme die Hälfte der Armee. Wir brauchen nicht mal die Hälfte der US-Armee, buddy. Die besteht momentan ohnehin nur aus 37 Freiwilligen. Eine jüngst veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Armee der USA unbedeutend ist. Selbst die bulgarische Armee ist größer. Deswegen habe ich mir erlaubt, ihnen ein kostenloses Militär vorzugeben. Danke. Das ist auch gut. Es soll ja nicht so weit weg sein. Ähm. Wir, die Anführer der Nation von Tropico, unterzeichnen hiermit die erste Verfassung von Tropico, um damit dem Willen der Bürger Tropicos Ausdruck zu verleihen, alle Gesetze des Staates zu befolgen und die traditionellen Werte, Freiheit, Frieden, Liebe, Freundschaft, Siesta und Schweizer Nummernkonten zu wahren und zu pflegen. Sehr gut. Ähm. 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 so kaserne endlich können wir damit auch anfangen mit einer kaserne so wo ist nochmal meine andere Sparage doch meine freunde doch doch meine freude überwiegt nicht nur weil ich hier viel gelernt habe nicht nur weil ich sie genossen habe wette um wette gegen sie zu verlieren nein sondern weil ich ihnen hoffentlich einen ebenso großen freund wie sie in mir gefunden haben ich werde unserem nächsten treffen stets mit groß mit größten vor freuden entgegen sehen mit ewiger hochachtung der u.s. präsident ich habe den besten us amerikanischen akzent den es gibt so gar nicht voller klischees und so ok wie es dann weiter geht sehen wir dann in der nächsten folge bei let's play tropico ich würde einfach mal sagen das wäre es noch vorbei das ist aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschau Leute ich würde einfach mal sagen das wäre beim nächsten mal wieder tschau Leute schaut rein so Vielen Dank.